Und zwar wurde da berichtet, dass sie mittlerweile bis zu zehn Stunden pro Tag laufen muss, damit sie an frisches Wasser kommt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit Jelena. Hi. Hi. Genau, stell dich gerne einfach mal vor. Ich bin Jelena Schanowski und ich lebe im schönen Ruhrgebiet und ich darf für die Hilfsorganisation Tierfund arbeiten. Das heißt, du bist dort angestellt und erzähl doch mal, was ist Tierfund? Oder wofür steht das überhaupt? Ja, vielleicht fangen wir erstmal da an, das ist eine gute Sache. Ganz häufig habe ich den Moment, wenn ich am Telefon gerade mit einer älteren Person spreche und mich dann vorstelle, hier ist Jelena Schanowski von Tierfund Deutschland, dass sie dann fragen, oh, hat das irgendwas mit Tieren zu tun? Und das ist dann immer mein Moment, wo ich sage, nein, wir haben nichts mit Tieren zu tun. Wir sind eine Hilfsorganisation, die vor allem mit Menschen in Armut arbeiten, im Nahen und Mittleren Osten. Das heißt, Menschen, die in extremer Armut leben oder in ungerechten Strukturen gefangen sind. Und für die Menschen sind wir da. Und Tierfund ist ein weltweites Netzwerk. Es gibt in elf Ländern. Insgesamt, wenn man alles so zusammenzählt, sind wir auch in 50 Ländern dann tatsächlich mit Hilfsprojekten vor Ort. Also es ist eine recht große Sache. Ja, hört sich so an. Ja, cool. Und du hast gesagt, ihr setzt euch dann für die Menschen ein, gerade für Menschen in Armut. Wie sieht das aus? Was ist so eure Aufgabe, eure Mission? Also ganz konkret machen wir das so, dass wir Partner vor Ort in den Ländern haben. Also wir schicken jetzt keine Leute aus Deutschland irgendwo hin, um dort in Syrien oder im Jemen im Kriegsgebiet dann irgendwie zu helfen, als so weiße Europäer. Sondern wir haben Beziehungen zu Partnern vor Ort. Und die möchten bestärken, dass sie unter ihren eigenen Landsleuten tatsächlich den Menschen in den Regionen helfen können, in Krisenregionen. Häufig arbeiten wir auch mit Kirchen zusammen, dass wir so die lokale Kirche vor Ort stärken mit Know-how oder mit finanziellen Mitteln, damit die vor Ort dann Krisen überwältigen können. Also seid ihr auch eine christliche Organisation oder Verein? Ja, genau. Unser Slogan ist Nächstenliebe grenzenlos. Das ist unser Motto, wir möchten Nächstenliebe ausleben. Aber das über Grenzen hinweg, Religionsgrenzen, Kulturgrenzen. Ja, cool. Das heißt, ihr würdet dann auf keinen Fall irgendjemandem die Hilfe verwehren, weil er oder sie eine andere Religion hat. Richtig. Genau das würde ich absolut unterschreiben. Okay, cool. Und Hilfsprojekte sind dann vor allem humanitär oder was macht ihr da? Wie bekämpft ihr dann mit den Menschen vor Ort zusammen die Armut? Es gibt so drei verschiedene Stufen, wie man helfen kann. Die erste Hilfe, das ist so die Nothilfe. Das heißt, irgendwo ist ein Krieg ausgebrochen oder ein großes Erdbeben, wie jetzt in Haiti zum Beispiel. Und es ist komplette Zerstörung. Das heißt, die erste Form der Hilfe ist, dass man tatsächlich hilft, dass Menschen überhaupt erstmal Wasser haben, Essen haben. Irgendwie vielleicht wieder ein Dach über dem Kopf haben. Das ist so die ganz rudimentäre Hilfe. Das machen wir in Ländern wie dem Jemen zum Beispiel. So ein zweiter Schritt wäre der Wiederaufbau. Das heißt, wir stellen uns vor, Erdbeben ist passiert, alles ist total kaputt. Und dass man dann aber den Menschen vor Ort langsam wieder hilft, aus den Trümmern wieder Häuser zu machen oder wieder Stromversorgung. Und das machen wir so zum Teil. Der andere Schwerpunkt, wo wir vermehrt Projekte haben, ist dann in der Entwicklungszusammenarbeit. Das ist so die nachhaltigste Form der Hilfe. Und da arbeitet man langfristig mit Menschen vor Ort zusammen, dass sie selber wieder aus ihrer Armut herauskommen können. Da macht man viel Schulungen zum Beispiel. Was ist denn dein Job dabei? Also du bist ja hier in Deutschland. Wie sieht das dann hier aus? Was machst du da? Es ist so ein bisschen nach dem Motto, tu Gutes und rede darüber. Also ich finde wirklich, dass wir tolle Projekte machen und mich erreichen die Storys von den Menschen vor Ort zutiefst. Aber es ist auch wunderschön, wenn man merken kann, dass man hilft. Dass dort wirklich nachhaltige Veränderung einfach sichtbar wird. Und mein Job ist, dass ich hier in Deutschland darüber rede. Also unsere Projekte natürlich vorstelle, unsere Arbeit, aber auch unser Herzesanliegen dahinter. Und auch Menschen gerne natürlich in die Aktion hineinführe oder mit Begeisterung motiviere. Da musst du jetzt einmal sagen, wie das aussehen kann. Ja genau. Ganz klassisch, wir sind ein Hilfswerk und wir brauchen Gelder. Weil ohne Gelder, ohne Leute, die uns gerne unterstützen mit einem kleinen monatlichen Betrag oder einmal, wenn man vielleicht die Steuerzahlung zurückbekommen hat, wenn man sagt, ich möchte irgendwas wieder davon abgeben, was ich geschenkt bekommen habe oder im Überfluss habe. Also da kann man uns natürlich unterstützen. Aber ich finde, es gibt noch so eine andere Form der Unterstützung, nämlich, dass man sich für die Inhalte einsetzt und stark macht. Und das ist mir vielleicht mindestens genauso wichtig hier in Deutschland. Ach cool. Ja, das hört sich richtig gut an. Wieso hast du dich denn für so eine vergleichsweise kleine Hilfsorganisation entschied und bist nicht bei einem der Großen gelandet? Da gibt es ja doch auch noch einige, ne? Ja, das stimmt. Also an Tierpfand gefällt mir eben genauso diese Mischung gut. Also dass wir einmal diese Hilfsprojekte haben, aber dass uns auch total wichtig ist, auch politisch aktiv zu sein und hier mit Gemeinden oder mit Christen unterwegs zu sein und uns für Themen wie Armut und Gerechtigkeit einzusetzen. Und das ist, finde ich, schon mal was sehr Besonderes. Und ich finde, bei so einem kleinen Hilfswerk, da fühlt man sich manchmal ein bisschen wie in so einem Start-up. Also dass man irgendwie vieles aufbauen kann. Und das entspricht, glaube ich, mir als Person sehr. Und das macht tierisch Spaß, mit einem kleinen Team einfach was zu bewegen. Und von daher bin ich total dankbar, da gelandet zu sein. Cool. Also nicht nur sozusagen irgendwie ein Rädchen in so einer großen Mühle, sondern dass du wirklich das Gefühl hast, du kannst viel machen und das bewirkt dann auch wirklich viel. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Cool. Spannend. Kannst du mir mal von einem Projekt erzählen, woran du gerade mitarbeitest? Gerne. Ich habe tatsächlich gerade so in den letzten Monaten ein ganz besonderes Thema auf dem Herzen. Und das hat was mit dem Klimawandel zu tun. Das Projekt heißt Wandernd für Wasser. Wofür steht das konkret? Also ich habe an einem Morgen, wo ich in meinem Homeoffice, in meinem Büro saß, habe ich eine Geschichte von einer unserer Frauen gehört, mit denen wir zusammenarbeiten. Und zwar wurde da berichtet, dass sie mittlerweile bis zu 10 Stunden pro Tag laufen muss, damit sie an frisches Wasser kommt. Und das einfach, weil die Dürre einfach komplett alles vernichtet hat, was sie normalerweise auch an Wasserquellen hat. Und allein sich vorzustellen, 10 Stunden pro Tag, da geht so viel Lebenszeit drauf. Die Kinder müssen sie teilweise begleiten, können dadurch halt keine Bildung genießen. Das ist so ein großer Rattenschwanz. Und allein auch irgendwie diesen, da zu gucken, ich habe ungefähr drei Wasserhähne in meiner Wohnung, wohin ich innerhalb von drei Sekunden hinkomme. Und andere Menschen in anderen Teilen der Welt müssen so viele Stunden laufen. Und das war für mich ein, okay, das kann ich sein. Darauf möchte ich aufmerksam machen, auf diese Ungerechtigkeit. Und daher entstand Wandern für Wasser. Nämlich, dass ich einmal das an einem Tag mache, was Frauen in Ostafrika jeden Tag machen müssen. Ich gehe Wasser holen. Und das heißt, du gehst Wasser holen und läufst irgendwo hin, 10 Stunden lang? Genau, ich habe mir einen Kanister genommen, so einen Campingkanister, wo richtig viel Liter Wasser reinpasst. Ich glaube, mindestens 20 meistens. Ja, genau, habe ich nicht geschafft zu tragen. Das schon mal vorab, das wäre mir zu schwer gewesen. Aber ich habe diesen Kanister genommen. Ich habe mich auf die Wanderung gemacht. Ich bin auch nicht allein gegangen. Allein hätte es vielleicht nicht ganz so viel Freude gemacht. Ich wurde begleitet. Und bin die ersten 10 Kilometer mit einem leeren Kanister gelaufen. Habe den so vor meinem Bauch getragen. Und dann mitten auf der Stelle, so als ob es eine Wasserquelle ist, habe ich dann diesen Kanister mit Wasser aufgefüllt. Und bin dann wieder 10 Kilometer zurückgelaufen. Mit einem ungefähr 10 Liter Wasser habe ich den vor meinem Bauch geschleppt. Oder wie, das war schwer. Ja, das glaube ich. Also nicht nur der Fußweg, das waren dann 20 Kilometer. Ich weiß nicht, wie lange hast du dafür gebraucht? Also warst du 10 Stunden unterwegs? Ah, ich glaube, wir haben so 6, 7 gebraucht. Aber während wir das gemacht haben, haben wir ganz viel bei Social Media darüber gepostet. Und auch schon im Vorfeld Leute gesagt, hey, diese Ungerechtigkeit passiert jetzt gerade, während wir hier irgendwie 2021 in Deutschland sitzen. Wir haben für Spenden aufgerufen, für aktuelle Wasserprojekte von Tierpfand. Und dann halt die ganze Zeit immer ein bisschen berichtet, wie es läuft. Und ab und zu war ich froh, dass ich meinen Kanister auch mal mit meinem Papa teilen konnte, der mitgewandert ist. Weil das wirklich schwer war. Und eine Sache, die mir dabei auch noch so besonders auf dem Herzen liegt, ist, dass wir immer diese Dimensionen mit im Hinterkopf haben müssen, dass der Klimawandel auch was mit Menschen macht, die nicht so viel Geld haben. Und das hier auch in Deutschland. Also ich finde, es kann jetzt auch nicht die Lösung sein, dass wir uns jetzt alle ganz teure Produkte bei DM kaufen können, die dann irgendwie plastikfrei hergestellt worden sind. Weil das können sich halt auch nur gewisse Leute in unserer Gesellschaft leisten. Und da einfach bei sämtlichen Entscheidungen, die Politik trifft oder die ich in meinem Umfeld treffen möchte, dass man auch da einfach immer wieder im Hinterkopf hat, was macht das mit Menschen in Armut. Ja, so verstehe ich tatsächlich auch irgendwie meinen christlichen Auftrag, dass ich irgendwie immer mitbedenke, was hat das mit Menschen mit Armut zu tun. Auch hier halt, ne? Ja, genau. Jetzt hast du ganz viel erzählt, was ihr als Organisation Tierfund so macht und auf die Beine stellt und euch einsetzt. Wie kann ich oder wie können wir euch denn dabei helfen oder unterstützen? In erster Linie kann man uns helfen, indem man über die Dinge, die wir berichten, indem man die teilt. Also ganz einfach, das Einfachste ist, folge uns bei Instagram. Einfach, wir berichten von den Frauen, von denen ich dir zum Beispiel gerade berichtet habe. Und es ist wichtig, dass diese Storys halt nicht wie im Kleinen bleiben, sondern dass Menschen darüber erfahren, Freunde und die Freunde darüber hinaus. Das heißt, das ist was ganz Einfaches, was einem auch nichts kostet, dass man das, was wir posten zum Beispiel, einfach liked oder teilt. Also das würde uns jetzt auf jeden Fall schon mal helfen, damit dieses Thema besprochen wird, Klimagerechtigkeit. Und natürlich kann man auch selber sich auf die Wanderung machen, das ist irgendwie das Schöne bei dem Wandern für Wasser. Das muss ja nicht nur ich gemacht haben mit meinem Kanister, sondern das ist was, was jeder andere auch tun kann. Also man kann sich seine Freunde schnappen, seine Jugendgruppe oder seine Klasse und zu sagen, hey, wir möchten Aufmerksamkeit erregen für dieses Thema, was uns so wichtig ist. Und dann geht man los mit Kanistern und macht darauf aufmerksam, wie Frauen in Ostafrika jetzt schon zu leiden haben über den Klimawandel. Und das sind tatsächlich ganz konkrete und ich finde auch wirklich machbare Dinge, wie man unsere Arbeit unterstützt, aber wie man vor allem sich für Klimagerechtigkeit einsetzt. Das klingt richtig gut. Wir werden euch auf jeden Fall die Infos und die Organisation Tierfant hier unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr euch dann auch nochmal schlau machen und direkt auf den Abonnieren-Button klicken. Dann machen wir es euch so einfach wie möglich. Genau. Und dann könnt ihr Jelena und ihre Arbeit da total gut unterstützen. Vielen Dank, dass du da warst und über das mega wichtige Thema berichtet hast. Danke, dass wir darüber sprechen konnten, Debbie. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg. Danke. Und dass ihr einfach weiter ganz vielen Menschen aufmerksam machen könnt und vor allem halt vielen helfen könnt. Ja, danke schön. Okay, ja, gutes Thema, wichtiges Thema. Ich habe sehr viel Bock, mich für Klimagerechtigkeit einzusetzen, für Klimaschutz und möchte euch gerne fragen, habt ihr vielleicht von guten Tipps gehört, wie ihr euch für Klimagerechtigkeit, für eine gerechte Welt einsetzen könnt? Dann schreibt ihr sehr gerne in die Kommentare, dann können wir alle davon profitieren und vielleicht die Tipps mal ausprobieren. Und ansonsten verabschieden wir uns jetzt von euch und freuen uns, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst und ein Abo, wenn euch das Thema gefallen hat und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.